Das Thema ist Arbeit tantrischer Guru. Und ich könnte mir denken, dass da in diesem Titel des Vortrags ein paar Begriffe enthalten sind, die für die meisten von uns vielleicht nicht auf ganz natürliche Weise zusammenpassen. Ich glaube, relativ wenige Leute, so scheint es mir zumindest aus Gesprächen, haben den Eindruck, dass Arbeit überhaupt etwas mit spiritueller Praxis, mit Guru, wenn ein Guru etwas mit spiritueller Praxis zu tun hat, also dass Arbeit überhaupt etwas damit zu tun haben könnte. Es scheint für viele Leute etwas ganz Entlegenes zu sein. Ja, möglicherweise tantrischer Guru, was immer das sein mag. Und Arbeit, notwendiges Übeln müssen wir auch machen, kriegen wir irgendwo hin oder hinter uns, bringen wir irgendwie hinter uns. Dass aber Arbeit selber ein tantrischer Guru sein könnte, und das wird ja implizit in diesem Titel des Vortrags behauptet, ist sicherlich etwas, was nicht gleich auf der Hand liegt. Und vielleicht sollte ich einleiten damit, dass ich ein paar wenige Worte zunächst mal zu diesen drei Begriffen im Titel sage. Zu Tantra, zu Guru und zur Arbeit. Ohne das sehr weit zu treiben, weil man könnte, denke ich, zu all diesen Themen sehr viel sagen. Vor allen Dingen auch zu den Themen Tantra und Guru, zur Arbeit sowieso. Aber ich möchte nur zunächst mal ganz wenig vorweg sagen, damit ein Stück weit so der Rahmen deutlich wird, in dem ich diese Begriffe benutzen werde. Und ich hoffe dann, dass durch den Vortrag selber deutlicher wird, in was für einem Sinne, wenn überhaupt, Arbeit als eine Art tantrischer Guru wirken kann. Zunächst Tantra ist ein Begriff, bei dem oft die Aufmerksamkeit steigt, wenn man den hört. Viele Leute haben alle möglichen tollen Vorstellungen von Tantra. Wahrscheinlich denken wir erstmal sofort an Sex. Und Sex ist ein Thema, was immer irgendwie spannend ist, auch für Leute, die spirituell interessiert sind. Und die Leute, die sich mehr mit Buddhismus beschäftigt haben, sehen vielleicht vor dem inneren Auge gewisse Buddha-Figuren, wo ein männlicher und ein weiblicher Buddha in sexueller Vereinigung gezeigt werden. Und es gibt auch, hörte ich kürzlich, hier im Zentrum Anrufe, wo Leute so auf, ja, in der Regel recht indirekte Weise nachfragen, ja, was für Meditationen sind das, ja, fasst man sich denn da auch an, ja, wie ist es denn mit Tantra und so weiter. Also es ist oft so ein, ich glaube für viele Leute eine Art Vorwand. Ich praktiziere Tantra, das heißt, ich praktiziere keinen Sex, ja, aber sozusagen die religiöse Weise das zu kriegen, was man sonst vielleicht nicht kriegen kann oder so. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz dünnes und oberflächliches Verständnis von Tantra. Ja, worum es im Tantra eigentlich geht und in dem Sinne möchte ich auch in diesem Vortrag darüber sprechen, ist, dass wir sämtliche Energien mobilisieren, um uns weiterzuentwickeln. Im buddhistischen Sinne in Richtung Erleuchtung zu entwickeln. Und dass wir nichts auslassen, dass wir nicht versuchen, irgendwie Pseudo gut zu sein und alles Negative, was wir an uns sehen, wegdrängen, sondern dass wir zulassen, dass wir das anschauen und verwandeln. Dass wir also auch die Energien, die dunklen Energien oder die negativen Energien, wenn man sie so bezeichnen will, gewissermaßen in die Praktik mit hineinnehmen. Und auf diese Weise versuchen mit, wenn man so will, allen unseren Fasern, mit allen unseren Zellen, den Weg in Richtung Erleuchtung zu gehen. Sehr häufig kann man erleben, dass Leute, die vielleicht zum Zentrum kommen oder was über Buddhismus gelesen haben, so relativ schnell eine Art, ja, oberflächlich heilige Art von Ausstrahlung bekommen. Ja, die werden irgendwie unheimlich fein, ja, unheimlich achtsam, aber auf eine Weise, dass man das Gefühl hat, da ist nicht mehr viel Leben drin. Ja, man passt sehr sozusagen auf sich auf, aber was da drunter ist, man verbietet sich oft Dinge und verbietet sie sich in der Weise, dass man eigentlich gar nicht mehr wahrzuhaben wagt, was denn auch alles so in uns wirkt, was überhaupt nicht in Richtung Erleuchtung will. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, gibt es wahrscheinlich, oder sind wir, nichts anderes als ein Bündel sehr, sehr gemischter Motive. Klar, ein Teil von uns möchte auch alle möglichen, oder ist bereit, alle möglichen Anstrengungen und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um klarer zu werden, um liebevoller zu werden und so weiter. Und ein anderer Teil wäre aber genauso bereit, ja, wenn wir denn nur daran glauben könnten, dass dies oder jenes glücklich macht und wirklich glücklich macht und tief glücklich macht, dazu auch irgendetwas zu tun, von dem wir wissen, dass es anderen schadet. Vielleicht nicht so ganz offensichtlich, ja, vielleicht so auf eine Weise, dass wir es nicht so richtig mitwahrnehmen müssen, aber ich denke, wir haben ziemlich gemischte Motive in der Regel. Und Tantra mobilisiert gewissermaßen sämtliche Motive. Und wir werden im Laufe des Vortrages von einem Beispiel hören, immer wieder, auch in Verbindung mit Arbeit, wo genau das geschieht. Nun, ein ähnlich komplexer Begriff und vielleicht für viele Leute eher negativerer Begriff, ist der Begriff Guru. Weil man hört natürlich sehr, sehr viel von Missbrauch. Man hört auf der anderen Seite auch den Begriff Guru in ganz vielen Kontexten. Es wird von Management-Gurus gesprochen, es wird von Gurus in dieser und jener Richtung gesprochen. Aber sehr, sehr häufig, klingt da zumindest in den letzten Jahrzehnten in unseren Landen doch mit, passier auf, dass du nicht verführt wirst, beziehungsweise manipuliert wirst, in eine Richtung gedrängt wirst, in die du eigentlich nicht gehen willst. Von Leuten, die vielleicht ein besonderes Charisma haben, eine besondere Ausstrahlung und dich möglicherweise manipulieren könnten. Und ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, vorsichtig zu sein. Sich also sehr, sehr genau anzuschauen und sehr genau zu überprüfen, auch eine Weile lang zu warten, wen gegenüber man bereit ist, sich mehr zu öffnen. Ich denke, viele der Warnungen haben ja durchaus Hand und Fuß, weil es gibt eine Fülle von Beispielen, wo in der Tat Missbrauch getrieben wurde. Das hat dazu geführt, dass im Westen allgemein der Begriff Guru sehr aufgeladen ist. Im Osten, in den asiatischen Ländern ist das durchaus anders. Ein Guru wird einfach als jemand gesehen, der auf einer höheren spirituellen Ebene oder auf einer höheren Entwicklungsebene ist als seine Schüler. Und wenn man überhaupt an so etwas wie spirituelle Entwicklung glaubt, wenn man überhaupt denkt, dass es möglich ist, geistig klarer zu werden und liebevoller zu werden und mehr Energie zu entwickeln, dann glaubt man damit implizit zumindest auch daran, dass es offenbar unterschiedliche Entwicklungsstufen gibt. Manche haben das mehr entwickelt, andere haben das weniger entwickelt. Und ein Guru ist zunächst mal jemand, der auf einer höheren Stufe in dieser Richtung steht und in einer ganz direkten und existenziellen Verbindung mit anderen Leuten steht, mit den Schülern, den Chalas, wie sie in der Sanskrit-Tradition heißen. Das heißt, ein Guru ist gewissermaßen jemand, dem gegenüber man bereit ist, sich zu öffnen, auf den man sich einlässt. Es ist nicht eine Art Belehren, wie wir es häufig vielleicht im normalen Unterricht erleben oder als Schüler unseren Lehrern gegenüber erlebt haben, wo man sich sozusagen in gewissem Bereich öffnet. Ja, ich nehme Informationen auf, ich nehme Fakten auf, aber als Mensch ist mir der andere relativ fern. Sondern der Schüler erlebt den Guru in der Tat als eine Art Modell, als eine Art Vorbild für etwas, was er selber oder sie selber entwickeln und erreichen möchte. Und gibt sich in der asiatischen Tradition der Führung dieses Guru hin. Und davon haben wir natürlich im Westen eine Menge Angst. Der wichtige Punkt, das möchte ich euch bitten, so geistig festzuhalten, ist vor allen Dingen das Existenzielle sich einlassen. Wovon wir, glaube ich, alle träumen, egal in welchen Beziehungen. Wir alle haben den Wunsch, uns gewissermaßen ganz auf andere Menschen einzulassen, ganz offen für sie zu sein und sie ganz zuzulassen. Und wir alle finden es wahrscheinlich immer wieder sehr, sehr schwierig und merken, wie wir hier oder da zumachen, manchmal aus rationalen Überlegungen und Befürchtungen heraus, manchmal aus sehr irrationalen Überlegungen heraus. Der Guru und der tantrische Guru insbesondere ist nun jemand, der diese Beziehung zu seinem Schüler so gestaltet, dass er den Schüler in Situationen hineinführt, wo der nicht mehr anders kann, als sich zu verändern. Das heißt, der tantrische Guru, könnte man sagen, führt seinen Schüler ganz bewusst in Krisen, in existenzielle Krisen hinein, aber in dem Wissen, dass der Schüler das meistern kann. Aber auch in dem Wissen, dass es schief gehen könnte. Es gibt keine Garantie. Letztlich weiß auch der tantrische Guru nicht, ob der Schüler es tatsächlich schaffen wird. Und Arbeit als tantrischer Guru, vielleicht wird das erstmal so als vages Konzept deutlich, verstehe ich als unsere Fähigkeit oder auch unsere Erfahrung, uns so sehr auf Arbeit einzulassen, dass wir in der Tat mit all den Seiten in uns selber konfrontiert werden und die ja als nackte Wahrheit gewissermaßen erkennen, dass wir uns ändern müssen. Ich unterstelle mal einfach, dass die meisten von uns wahrscheinlich in der Regel eher mit halber Kraft oder vielleicht zwei Drittel, vielleicht hin und wieder auch drei Viertel Kraft arbeiten. In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich sehr viel als Management-Trainer mit Leuten in unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen, in unterschiedlichen Unternehmen zu tun. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass ein Großteil der Energie, und ich vermute, dass das bei uns nicht so viel anders ist, ein Großteil der Energie im normalen Arbeitsleben einfach in die inneren Widerstände hineingeht, die wir empfinden, der Arbeit gegenüber oder anderen Leuten gegenüber, mit denen wir zu tun haben. Und dass es zumindest für einen Großteil der Bevölkerung, wenn sie es denn nur schaffen würden, möglich wäre, sehr, sehr viel mehr in sehr viel weniger Zeit und in sehr viel besserer Qualität zu leisten. Es gibt alle möglichen und oft durchaus fast zwingende Gründe, warum uns das nicht gelingt. Und manche dieser Gründe werden wir sicherlich auch in diesem Vortrag genauer erforschen. Nun, ich sagte eingangs schon, ich möchte gerne ein Beispiel einer Beziehung eines tantrischen Guru aus der buddhistischen Tradition, einer Beziehung eines tantrischen Guru mit seinem Schüler immer wieder benutzen. Und der Schüler, über den ich sprechen werde, ist vielen, denke ich, recht gut bekannt. Das ist Milarepa. Milarepa, der manchmal als der große tibetische Yogi, Dichter-Yogi beschrieben wird, jemand, der im Himalaya lebte, wunderbare Gesänge hinterlassen hat, die also heute noch in verschiedensten buddhistischen Traditionen rezitiert, studiert werden und so weiter. Und auf den eine der großen Schulen der tibetischen Traditionen, die Kage-Schule, letztlich zurückgeht. Und Milarepas Hauptlehrer, der im Allgemeinen etwas weniger bekannt ist, obwohl er keineswegs weniger wichtig war, ist Marpa. Und die Beziehung zwischen Marpa und Milarepa, die eigentlich ein relativ kurzer Teil nur aus Milarepas Biografie ist, ist meiner Ansicht nach überaus interessant im Hinblick auf unser Thema Arbeit tantrischer Guru. Und vielleicht jetzt nur so viel, Milarepa war, bevor er zu Marpa kam, das, was man in unseren Kreisen als schwarzer Magier bezeichnet. Das heißt, er hatte im Buddhismus und überhaupt in den asiatischen Ländern gilt das als völlig natürlich und normal, er hatte psychische Kräfte entwickelt oder magische Kräfte entwickelt, die es ihm ermöglichten, die Natur in gewisser Weise zu manipulieren. Der konnte Hagel machen, der konnte Regen machen, der konnte irgendwelche Gerülle die Felswände runterrollen lassen, aber selber dabei Kilometer weit entfernt sein und so weiter. Der konnte also alles Mögliche tun und das hat er auch reichlich getan und auf diese Weise die Familie seines Onkels, die selber böse Dinge gemacht haben, umgebracht und alle möglichen Dörfer vernichtet und Leute getötet und alles Mögliche getan, was er irgendwann sehr bereut hat. Im asiatischen Denken, in dem Milarepa auch aufgewachsen war, war ihm klar, wenn ich in diesem Leben nicht Erleuchtung erlange, dann würde es mir im nächsten Leben sehr, sehr schlecht gehen. Das heißt, ich werde wiedergeboren in einer Weise, die sehr, sehr leidvoll ist. Also ihm wurde klar, er musste was tun. Und auf verschiedenen Umwegen kam er zu Marpa und Marpa, werden wir sehen, war ein echter tantrischer Guru für ihn. Der hat es ihm nicht leicht gemacht, wahrlich nicht leicht gemacht und wir werden manche dieser Episoden genauer kennenlernen. Aber bevor ich darauf weiter eingehe, möchte ich noch etwas mehr über das Thema Arbeiten. Und zunächst mal deshalb, weil in Gesprächen mir immer wieder deutlich wird, dass zumindest in Gesprächen innerhalb dessen, was ich mal so die spirituelle Gemeinschaft nennen möchte, also Leute, die mit dem Zentrum verbunden sind oder Leute, die in irgendeiner Weise an spiritueller Praxis sehr interessiert sind. In solchen Gesprächen wird mir immer wieder deutlich, dass viele Menschen es wirklich sehr, sehr schwierig finden, ihre Arbeit, die Forderungen aus der Arbeit und ihre spirituelle Praxis irgendwie in Einklang zu bringen. Und ganz viele Menschen erleben einfach Arbeit als notwendiges Übel. Und würden sich wünschen, dass sie nicht arbeiten müssten und ziemlich viele Menschen sorgen auch dafür, dass sie zumindest so wenig wie möglich arbeiten müssen. Aber ich habe den Eindruck, das wird so eine meiner Thesen auch innerhalb dieses Vortrages sein, dass die sich oft was vormachen, das für manche Leute sehr viel günstiger wäre, wenn sie sehr viel mehr arbeiten würden. Das ist etwas, was wir vielleicht nicht gerne hören, aber ich hoffe, dass das deutlicher wird, warum ich das denke. Aber zunächst mal die Frage an euch, soweit ihr überhaupt einer Arbeit nachgeht, einem Beruf nachgeht, warum? Warum macht ihr das? Was ist eure Modulation? Warum lasst ihr das nicht? Weil schließlich in unserer Gesellschaft kann man Sozialhilfe beziehen. Nötig ist es nicht zu erfreiten. Das ist doch so. Das kann man ja erstmal ganz nüchtern festhalten. Niemand muss befürchten, dass er wohnungslos wird und verhungern würde, wenn er nicht arbeitet. Auch wenn wir Familie haben und so weiter, kann sein, oder wird so sein, dass der Familie vielleicht materiell nicht ganz so gut geht. Also warum arbeiten wir? Es bringt schon einen Teil an die Befriedigung. Aha. Was bringt die Befriedigung? Der Erfolg vielleicht, oder das Gefühl, was bewirken zu können. Aha. Okay. Das Gefühl, was bewirken können, kann eine Motivation bei der Arbeit sein. Irgendwie sehe ich, dass ich etwas tue oder ich sehe die Früchte meines Handelns. Ja. Ja. Mein Vater ist arbeiten gegangen, hat seine Familie ernährt. Irgendwann habe ich gedacht, ich muss dort arbeiten. Gewohnheit. Gehört sich halt so. Ja. 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 Naja, aber wie gesagt, gut, vielleicht mit Motorrad und Auto würde die Sozialhilfe vielleicht nicht mitmachen. Notwendiges Übel, ehrlich gesagt. Notwendiges Übel für dich. Ja. Und wie viel Zeit verbringst du für das notwendige Übel? Ja, siebeneinhalb Stunden am Tag. Siebeneinhalb Stunden am Tag. Und dann hast du es aber auch wirklich hinter dir. Nein, ich bin dabei, nach 35 Jahren macht es ja Spaß. Bitte, was? Ja. Nein, ich mache das jetzt 35 Jahre, dann bin ich's Bruder dann einfach mal. Macht schon Spaß. Macht auch schon Spaß. Einfach jetzt nicht richtig. Das ist notwendig. Es wird auch was fehlen, wenn du nicht mehr arbeiten würdest. Ja, die Gewohnheit wird also doch etabliert. Ja, es füllt die Zeit. Ich denke, das ist nicht zu unterschätzen auch. Ja, arbeiten. Stell dir vor, wie anstrengend das sein kann, den ganzen Tag selber strukturieren zu müssen. Ja, Arbeit, wenn man also einfach einen Job hat, dann wissen wir, okay, dann werde ich da erwartet. Ja, und dann kann ich wieder gehen. Und wenn ihr euch ehrlich fragt, so wie ist es, am Abend zurückzublicken auf das, was ihr getan habt, ja, da wird es sicherlich zumindest manche Tage geben, wo ihr euch selber fragt, wo ist die Zeit geblieben? Ich war wohl hier, aber gemacht, ich bin vielleicht sogar die ganze Zeit rumgerast, aber gemacht, ist irgendwas dabei rausgekommen? Sicherlich unterschiedlich, je nachdem, was für eine Tätigkeit man hat, aber ich höre das sehr häufig, so in den Seminaren, die ich mache, dass Leute eigentlich das Gefühl haben, die Zeit zerrinnt förmlich zwischen den Fingern und das, wo sie tatsächlich etwas bewirkt haben, wo sie das Gefühl haben, da war ich effektiv, das sind sehr, sehr kleine, kurze Zeiträume des ganzen Tages. Und der Rest des Tages ist irgendwie merkwürdiges Drumherum. Obwohl, wenn man von der Demidionssorgung ausgeht, kann der Beruf auch was mit Berufung, zum Kronolog, zum Kronolog, zum Kronolog, zum Kronolog, zum Kronolog. Oder ich denke auch Sekretärin oder Koch oder was auch immer, aus Berufung sein. Also ich denke, es ist in ganz, ganz vielen Berufen tatsächlich möglich, das mit Leidenschaft zu machen, das zu machen, weil es genau das ist, was man machen möchte. Sei es, weil es einem selber so viel Spaß macht oder sei es, weil man das Gefühl hat, damit etwas so Gutes bewirken zu können, einen guten Beitrag zu leisten. Wer von euch, wenn ihr einfach nur mal Finger hebt, hat denn die Arbeit, die so die persönliche Berufung ist? Doch, sind einige. Wobei ich dabei sehe, dass Einzelne von denen zumindest keine Arbeit zur Zeit haben. Das kann also auch die Berufung sein. Okay, sind einige. Nur auch da interessanterweise, wenn ich, und das unterstelle ich jetzt mal, Berufung, ich mache da etwas, weil ich einen guten Beitrag leisten kann, weil ich sozusagen etwas Wichtiges zum Wohl vielleicht anderer Menschen oder der Gesellschaft beitrage, auch hier liegt die Motivation, wie bei den anderen Punkten selber, außerhalb der Arbeit. Es ist nicht die Arbeit selber, sondern es ist das, was ich durch die Arbeit bewirke. Es gibt sicherlich auch den Fall, und vielleicht sind einzelne Hände auch in der Richtung gemeint waren, wo es einfach die Sache selber ist, die Tätigkeit selber ist, die man als Berufung erlebt. Egal, ob was dabei rauskommt, was für andere gut ist. Man lernt was. Aha, ja, gut. Ja, und auch da würde ich sagen, das ist ein Motiv, wo gewissermaßen der Anlass liegt außerhalb des Tuns selber. Was ist das Ergebnis? Du wirst dadurch fähiger, du wirst dadurch potenter in einer gewissen Weise. Aber es ist nicht das Tun selber. Aber man muss es ja auch sehen. Ja, ja. Ich sage damit auch gar nicht, dass diese Motivationen schlecht seien oder so, das ist überhaupt nicht meine Absicht, sondern ich möchte erstmal nur darauf hinweisen, dass, glaube ich, bei den meisten Motivationen, auch bei den sogenannten positiven Motivationen, die wir im Hinblick auf Arbeit haben können, es eher was mit dem Ergebnis zu tun hat, als mit der Tätigkeit selber. Und das sollte uns nachdenklich machen. In der Freizeit ist es wahrscheinlich anders. In der Freizeit denken wir nicht so sehr an das Ergebnis, was wir dadurch rauskriegen, zumindest bei vielen Dingen, die wir machen in der Freizeit, sondern an die Freude, den Genuss, den wir erleben dabei, das zu tun. Und es ist uns relativ egal, ob was rauskommt dabei. Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum viele Menschen in der Freizeit mehr motiviert sind oder es leichter finden, sich zu motivieren, als in der Arbeit. Aber es geht mir nicht darum, das eine zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern eher nur darauf hinzuweisen, dass das zum Nachdenken anregen sollte. Wie ist es eigentlich mit der Tätigkeit selber? Und kann ich der Tätigkeit selber, kann ich gewissermaßen die Tätigkeit selber das tun, egal ob das das Spülen ist oder das Windeln waschen? Also auch die verschiedenen Dinge, die wir auch an einem Job, den wir gerne mögen oder einer Arbeit, die wir gerne mögen, vielleicht dann doch nicht so gerne haben, kann ich nicht die auch mehr genießen? Und darum geht es mir auch ein Stück weit in dem Vortrag. Weil persönlich bin ich davon überzeugt, es gibt eigentlich nichts, was man nicht auch mit Freude tun könnte. Und es ist oft eher unsere Einstellung, die wir an etwas heranbringen, zum Beispiel eine bestimmte Tätigkeit nicht zu mögen, wie man viele Leute ungern sauber machen. Und diese Einstellung macht es uns schwierig. Wir sauber machen, ist nicht intrinsisch, nicht von innen heraus gewissermaßen weniger schön, als schmutzig zu machen. Beim schmutzig machen hatten wir relativ viel Spaß. Was ist denn mit dieser Zeiterscheinung, die es morgens gemacht hat? Viele Menschen sind morgens eingeflochten durch eine Art und Weise. Das ist ja klar, ich meine, da gibt es vielen Menschen in der Motivation ziemlich. Na klar. Ja, oder sieht man jetzt auch aus? Ja, denke ich auch. Ich möchte darauf im Augenblick nicht im Einzelnen eingehen, aber wir kommen darauf zurück. Und das hat sicherlich, ist einer der Punkte, warum wir so viel Zeit im Lauf des Tages auch mit inneren Widerständen verbringen. Ja, innere Widerstände, die sich aufgebaut haben gegenüber Kollegen, gegenüber Vorgesetzten, gegenüber anderen Leuten, möglicherweise Kunden oder was auch immer. Ja, und manche davon haben mit Mobbing zu tun, andere haben mit anderen Aspekten schwieriger sozialer Beziehungen zu tun. Nur auch da ist immer noch die Frage, wie antworte ich selber darauf? Ja, ganz egal, wie die Leute sich verhalten, mit denen ich zu tun habe, was tue ich selber? Aber ich denke, das wird teilweise noch deutlicher werden später im Vortrag. Und ein Schlagwort, was ich in der letzten Zeit häufig gehört habe, ist Work-Life-Balance. Hat irgendjemand das noch nicht gehört? Noch nicht gehört? Ja, Glückliche. Jetzt lernt ihr es kennen. Und ich finde, also mir fehlen fast die Worte zu beschreiben, was für eine infame Erfindung ein solcher Ausdruck ist. Es geht darum, die Work-Life-Balance zu finden. Das wird also in ganz vielen Zeitschriften propagiert. Es gibt Seminare zu Work-Life-Balance. Ja, also gerade wer so ein bisschen im Bereich Management-Literatur mal rumschaut, dem wird dieser Begriff ständig vorkommen. Und ganz viele Unternehmen haben es inzwischen, also auch ihren Seminarprogramm. Aber was das doch zunächst mal offensichtlich heißt, hier gibt es Arbeit und da gibt es Leben. Ja, und ich frage mich, wenn ich also so einen Ausdruck höre, wo sind wir hingekommen? Ja, dass wir eine solche Trennung ganz selbstverständlich akzeptieren. Dass wir, und da fragt euch wieder selber, dass wir oft bereit sind, einen großen Teil des Tages, ob sechseinhalb Stunden oder in manchen Arbeiten auch mehr, sozusagen unser Leben auf Eis zu legen und nichts davon zu erwarten, in der Hoffnung, dass wir irgendwann, wenn wir abends nach Hause kommen oder wenn das Wochenende kommt oder was auch immer, dass wir dann nicht zu gerädert sind, um noch ein bisschen leben zu können. Und natürlich sind wir oft viel zu gerädert, einfach weil es schon so anstrengend ist, das Leben auf Eis zu legen. Ja, ganz abgesehen von dem, was wir also im Laufe des Tages selber machen. Und so etwas, was ich also in meinen Seminaren versuche auch immer wieder zu vermitteln. Und auch darum geht es ein Stück weit in diesem Vortrag. Wie können wir Wege finden, die Arbeit selber wirklich zu einem authentischen, inneren, nach Möglichkeit freudigen Ausdruck unserer Lebendigkeit zu machen. Das hat sehr, sehr viel mit unseren Einstellungen zu tun. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, unsere Einstellungen zu überprüfen, wie wir über Arbeit nachdenken, wie wir über Arbeit reden und so weiter, wie wir das von Freizeit unterscheiden oder von Lustzeit oder was auch immer. Ja, weil wenn wir diese Trennung, die in unserer Gesellschaft, denke ich, ganz tief geht und auch immer wieder propagiert wird, einfach mitmachen, betrügen wir uns selber ums Leben. Und wir versuchen dann zwar vielleicht irgendwie durch die Arbeit so durchzuschiffen, dass sie uns nicht kaputt macht, dass sie uns nicht rädert, aber wir nehmen es dabei gleichzeitig in Kauf, den größten Teil unserer Wachzeit nicht voll da zu sein. Und das hat natürlich Folgen auch für die Restzeit, die wir haben im Leben. Ja, weil das, was ich also sechseinhalb Stunden oder acht Stunden am Tag tue, trainiert mich für den Rest der Zeit. Das bleibt nicht folgenlos. Ja, auch wenn manche Leute denken, ich schalte dann um, ja zu Hause oder mit meiner Partnerin oder meinem Partner, bin ich ein ganz anderer Mensch. Nee, ist nicht so. Ja, es gibt so im Sennen eine Aussage, wie du eine Sache machst, so machst du alles. Ja, und wenn wir das also auf unsere Arbeit beziehen, ja, dann sollten wir uns überlegen, okay, was mache ich denn in meinen Beziehungen oder in dem, was mir also sozusagen näher am Herzen liegt, was mache ich da eigentlich genauso wie in der Arbeit. Und warum ist es so? Was hat das damit zu tun, dass ich vielleicht auch da nicht die Erfüllung eigentlich finde, die ich doch so gerne haben möchte. Nun, persönlich bin ich davon überzeugt, dass Arbeit und spirituelle Praxis eigentlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Wenn man in der Arbeit erfolgreich sein will, muss man achtsam sein. Man muss sich konzentrieren. Man muss positive Energie entwickeln. Man muss die Ergebnisse betrachten und aus den Ergebnissen lernen. Man muss persönliche Integrität entwickeln. Man muss kooperativ sein und so weiter. Alles Qualitäten, die man versucht, im spirituellen Leben zu entwickeln, die vielleicht in vielen Arbeitssituationen sozusagen einen Drift oder Drill bekommen in eine andere Richtung oder auf andere Ziele hin orientiert sein mögen. Aber zunächst mal als Fähigkeiten, als Verhaltensweisen selber gibt es ganz große Ähnlichkeiten zwischen guter Arbeit und guter spiritueller Praxis. Nun, Arbeit hat aber gegenüber spiritueller Praxis oder gegenüber dem, was wir oft so als spirituelle Praxis verstehen, oft einen großen Vorteil. Vielen Leuten geht es so, wenn sie von spiritueller Praxis reden, denken sie eigentlich an Meditation. Nun, wenn du schlecht arbeiten würdest, würdest du deinen Job verlieren. Wer kündigt dir, wenn du schlecht meditierst? Das ist eigentlich schade. Das Meditieren können wir sehr, sehr leicht nehmen. Und eigentlich kommt es nicht so darauf an. Und fragt euch wieder selber, wie viel Zeit vertrödelt ihr eigentlich mehr oder weniger träumend und driftend auf dem Meditationskissen? Diejenigen von euch, die meditieren oder die sitzen. Wird wahrscheinlich gar nicht so wenig sein. Wer von uns sitzt so mit dem Gefühl, wie es so manche Zen-Meister ihren Schülern oder so, wie sie ihre Schüler angeleitet haben, gewissermaßen auf einem Brunnenrand, und wenn ich müde werde und einzuschlafen in Ruhe, dann falle ich da rein in den Brunnen. Das heißt, ich kann es mir nicht leisten, einzuschlafen oder unachtsam zu werden. Ich glaube, vielen von uns geht es so in unserer spirituellen Praxis, nicht nur Meditation, sondern vielen anderen Dingen auch. Es ist etwas Schönes. Es ist ein bisschen das Streicheln der gehärmten Seele und so weiter. Aber wir stehen nicht unter Erfolgsdruck. Ich will nicht propagieren, alles unter Druck zu machen. Ich möchte da nicht missverstanden werden. Aber es könnte ganz gut sein. Und die ohne Grund wird in der buddhistischen Tradition immer wieder betont, sei dir der verstreichenden Zeit bewusst. Sei dir bewusst, dass der Tod in jedem Moment eintreten kann. Und du weißt ganz schlecht nicht, ob du diese Meditation oder diesen Abend oder diese Nacht überleben wirst. Und du weißt vor allen Dingen nicht aus Erfahrung, was danach passieren wird. Und in der buddhistischen Tradition wird immer wieder die Überzeugung vertreten, Es ist absolut ungewiss und sogar eher unwahrscheinlich, wenn du nicht stark praktiziert hast, dass du wieder als Mensch geboren wirst. Du kannst dich auch in ganz anderen Verhältnissen wiederfinden, wo es keine Chance gibt, irgendetwas im Sinne von Praxis weiterzutun. Also das nur als Beispiel. In der Arbeit könnte man sagen, ist Yama, so dieser Dämon, der das Lebensrad dreht, der ist ständig da und der gibt uns permanent Rückmeldung. Egal ob es die Beziehungen mit anderen Leuten sind, wo wir Konflikte erleben, oder ob es die Ergebnisse sind, die wir bringen, oder ob es die Ergebnisse in der Zeit sind, die wir bringen oder nicht bringen. Wir kriegen ständig, wenn wir uns denn darauf einlassen, eine sehr, sehr direkte Rückmeldung über die Qualität unseres Tuns. Und das kann eine wahnsinnige Chance sein. Muss es nicht. Wenn andere Bedingungen nicht stimmen, kann das auch verheerend sein und man kann sich kaputt machen daran. Überhaupt kein Zweifel daran. Aber ich möchte zunächst mal das Positive aufzeigen, weil darin eine solche Chance besteht. Wenn wir uns nur einlassen, daran wirklich gute Arbeit zu bringen, dann kann das toll sein. In dem Zusammenhang möchte ich ein Buch, das auf Englisch leider bisher nur erschienen ist, erwähnen. Das heißt Masterwork. Und das ist geschrieben von einem Schüler Tartang Tulku. Tartang Tulku ist ein tibetischer Nyingma-Lehrer, der in Amerika unterrichtet und in seiner Bewegung besonders viel dazu entwickelt hat, auf geschickte, geistige oder mental geschickte Weise, taugliche Weise zu arbeiten. Und dieses Buch berichtet über ein Projekt, das die in der Bewegung in den 80er und 90er Jahren gemacht haben. So eine der tollen Dinge, die aus der Nyingma-Gemeinschaft herausgekommen sind, ist, die haben den gesamten tibetischen buddhistischen Kanon in wunderschönen Ausgaben herausgebracht. Mit fantastischen Bildern und einer super Qualität. Und das war ein unheimlich teures Projekt. Die wussten, da verkaufen sie praktisch nichts davon, weil es einfach so gut war. Das heißt, die haben eine Firma gegründet, eine Druckerei. Die hatten schon einige Erfahrungen mit dem Drucken gesammelt. Und diese Firma von Anfang an unter einen extremen Erfolgsdruck gesetzt. Gewisse Summen monatlich zu erwirtschaften, um diesen tibetischen Kanon und alles mögliche andere in diesen fantastischen Ausgaben drücken zu können. Und gleichzeitig dabei die innere Praxis zu vertiefen. Und darüber berichtet dieses Buch. Und die Leute haben sich also unter einen wahnsinnigen Druck gesetzt. Es ist sicherlich nicht etwas, was für jeden das Beste ist. Davon sollte man nicht ausgehen. Aber es kann unheimlich inspirierend sein, davon zu hören, wie die insbesondere sehr konkrete Übungen, Ansätze entwickelt haben, mit Zeit, mit Qualitätsverbesserungen, mit Kommunikationsverbesserungen, sich immer weiter zu fordern. Es ist einfach nicht zuzulassen, dass sie so mehr oder weniger in einen Gewohnheitsstremel reingekommen sind, wo sie halt es heute so machten, wie sie es gestern gemacht hatten, weil sie es vorgestern halt auch schon so gemacht hatten. Und sehr empfehlenswert für Leute, das zu lesen. Für Leute, die es nicht auf Englisch lesen können, oder die nicht Englisch lesen können, lohnt sich immerhin dieses Buch, ich möchte aber nur darauf erwähnen, von Tatang Tulku selber. Heißt geschicktes Wirken, in dem sehr, sehr viele konkrete Übungen zum Thema innere Kunst des Arbeitens stehen. Aber es ist herausfordernd. Er ist also nicht jemand, der sozusagen die Streicheleinheit, mach's dir leicht und so weiter gibt, sondern der es sehr, sehr fordert in seinem Ansatz. Ich glaube, wir könnten davon sicherlich hier in unserem Zentrum und ich vermute allgemein in der buddhistischen Sangha in Deutschland sehr, sehr viel mehr gebrauchen. Ich habe den Eindruck, dass die Tendenz gewissermaßen, uns eine Nische zu schaffen, in der wir eher geschützt sind von den bösen Forderungen der Alltagswelt, dass diese Tendenz viel zu groß ist. Und das Kriterium, und das muss natürlich jeder für sich selber überprüfen, ist, gelingt es mir, wenn ich mein Ding mir die Nische schaffe, wenn ich vielleicht auf Teilzeitarbeit gehe oder was auch immer, gelingt es mir denn tatsächlich, meine Energien den ganzen Tag in Richtung spiritueller Praxis zu bringen? Praktiziere ich tatsächlich intensiver? Und ich vermute, und das ist mein Eindruck also auch aus vielen Gesprächen, dass das nur sehr, sehr wenigen gelingt. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ist es sicherlich gut, die Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, Mensch, vielleicht muss ich erst mal arbeiten lernen. In dem Zusammenhang gibt es eine Äußerung von Sangha-Rakshita, dem Gründer dieser Bewegung, die der vor 35 Jahren ungefähr gehalten hat. Und manche Leute benutzen diese Äußerung fast so triumphierend, um zu sagen, aber Sangha-Rakshita hat doch gesagt, arbeite so wenig wie möglich. Ich vermute, dass er das bereut hat, irgendwann mal, dass er das gesagt hat, aber er hat es gesagt. Er hat es gesagt in den 60er Jahren in einem Vortrag und wurde auch sofort von irgendeinem der Zuhörer zur Rede gestellt, ganz empört, wie er denn dazu komme, vor so vielen jungen Leuten, die doch alles sowieso faule Säcke seien, vor so vielen jungen Leuten zu sagen, arbeite so wenig wie möglich. Worauf er antwortete, ja, wenn du tatsächlich spirituell praktizieren willst und noch relativ jung bist, lass dich auf dieses ganze Geschäft mit Karriere und so weiter überhaupt nicht ein, sondern geh voll in Richtung spiritueller Praxis. Das würde er wahrscheinlich auch heute noch sagen. Er würde es wahrscheinlich mit dem Zusatz sagen, wenn du gelernt hast, deine Energien zu mobilisieren. Und ich glaube, etwas, was wir also auch in den FEBO in den folgenden Jahren und also auch bis heute teilweise bitter realisieren mussten, ist, dass viele von uns eigentlich überhaupt nicht gelernt haben, ihre Energie wirklich zu fokussieren und auf irgendeine Herausforderung zu bringen, sondern auszurichten. Sondern, dass wir eher in großen Teile des Tages mit halber oder vielleicht auch nur ein Drittel Kraft leben. Also, diejenigen von euch, die vielleicht nur Teilzeit oder auch gar nicht arbeiten, aus spirituellen Gründen, fragt euch, wie nutze ich meine Zeit? Wie richte ich meine Energie in Richtung spiritueller Praxis? Was tue ich? Wie effektiv ist das? Wie messe ich meine Fortschritte? Und seid ehrlich, fragt auch andere, wie siehst du mich in der Richtung? Weil man kann sich so leicht was vormachen. Und es ist unglaublich leicht, gerade im spirituellen Bereich zu blöffen. Reicht eine Käse aus und ein komischer Name? Und schon denken Leute und unterstützen einen darin, dass man irgendwie spirituell fortgeschritten wäre. Was Quatsch ist. Was das Einzige ist, man hat erklärt und versucht, es zu tun, zu praktizieren. Und jeder von uns, jeder, der eine Käse um den Hals hat, hat jeden Tag Dutzende von Erfahrungen, wo die Praxis sozusagen zum Fenster rausgeflogen ist. Ja, also, wir machen uns so leicht was vor. Ich merke, ich rede mich in Rage. Ich kann übrigens, vielleicht das so als kleine Warnung, ich kann stundenlang über das Thema reden. Und ich weiß nicht, ich werde versuchen, so mitzukriegen, wie wach ihr seid, um irgendwann den richtigen Absprung zu schaffen. Aber es kann durchaus sein, dass das so ein bisschen sprunghaft danach sein wird. Also worum es mir in dem Vortrag vor allen Dingen geht, unter dem Gesichtspunkt Arbeit als tantrischer Guru, ist, zu hoffen, ein bisschen deutlicher zu machen, wie kann das Tun selber, das Arbeiten selber, relativ egal, was für eine Arbeit das ist, mehr Teil unserer Praxis werden. Und zwar ein effektiver Teil unserer Praxis, ein Teil der Praxis, der uns so herausfordert, dass wir idealerweise Einsicht, transzendentes Gewahrsein, Erleuchtung erlangen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht, weil ich bin selber weit davon entfernt. Es gibt, denke ich, gute Gründe, warum man das annehmen könnte, dass das klappen kann, aber ob das letztlich der Fall ist, weiß ich nicht. Und auch bei Melarepa, dessen Beispiel wäre, immer wieder dabei hören werden, ist das nicht so eindeutig, wie weit die Arbeit selber dazu beigetragen wird. Also ein bisschen zu Melarepa. Ach so, dann, bevor ich das mache, nur so als Ausblick, ich möchte gerne über fünf Themen reden, und es wären auch andere denkbar, fünf Themen im Hinblick auf Arbeit, Aufwachen zur Zeit oder Zeitgewahrsein entwickeln, Verantwortung übernehmen, Disziplin entwickeln, beliebte Begriffe, ehrlich und achtsam sein und Wissen mit anderen teilen. Also erstes Thema, Gewahrsein für Zeit entwickeln oder Aufwachen zum Fluss der Zeit, Aufwachen zur Dynamik der Zeit. Das ist etwas, was in diesen beiden Büchern, die ich erwähnt habe, ein ganz, ganz starkes Thema ist und ich denke, es ist auch das Grundthema überhaupt, weil wenn wir nicht zur Dynamik der Zeit aufwachen, dann heißt das ganz schlicht, dass wir unser Leben mehr oder weniger verschlafen, weil das Leben ist nichts anderes als Zeit. Es ist gefüllte Zeit. Ja, und wenn ich die nicht mitkriege, dann kriege ich das Leben nicht mit. Es verrinnt sozusagen. Und das ist auch das erste Problem, das sich Melarepa auf seinem spirituellen Weg stellt. Der war, als er noch schwarzer Magier war, Schüler eines sehr, sehr berühmten Magiers mit dem Namen furchtbarer Sieger, der das Übel lehrt. Und das hat er offenbar ziemlich erfolgreich getan, weil, wie ich schon vorhin erwähnte, Melarepa hat tatsächlich sehr viel Übel getan. Er hat sehr viel Schaden über andere Menschen gebracht, sowohl materiellen Schaden als auch körperlichen Schaden. Er hat viele Menschen getötet durch seine schwarze Magie, wie immer wir das nehmen. Und es ist gar nicht so, wie ich vorhin gesagt habe, dass dem Melarepa selber Reue gekommen wäre, sondern seinem Lehrer, der alt wurde, der den Toten anfühlte, und der plötzlich merkte, oh, was ich gemacht habe, das ist schlimm. Und offenbar, trotz all der üblen Dinge, die dieser Lehrer getan hatte, kann er so etwas wie Liebe zu seinem Schüler empfunden haben. und er rief Melarepa und sagt, du bist jung, ich bin alt, für mich ist es zu spät, ich werde in den nächsten Tagen sterben. Du bist jung. Das wird dir passieren. Das ist deine Zukunft, wenn du so weitermachst. Sorge dafür, dass du einen guten Lehrer findest. Ein Lehrer, der dich zur Erleuchtung führen kann. Und er nannte ihm einen Lehrer, zu dem Melarepa geht. Das war nicht machbar. Melarepa sucht diesen Lehrer auf, findet ihn, sagt, stellt sich vor, ich bin ein großer Übeltäter, habe ganz Schlimmes gemacht, ich brauche Belehrung. Und er tut das mit dem nötigen Anstand und dem Zeremoniellen, das halt üblich ist, im alten Tibet, das zu machen. Und der Lehrer sagt, ja, ich werde dir Belehrung geben. Und meine Lehre ist sehr gut, sie ist sehr wirksam, sie ist auch sehr schnell. Wenn du sie im Laufe des Tages übst, dann wirst du am Tag Erleuchtung erlangen, an einem Tag Erleuchtung erlangen, wenn du in der Nacht übst, dann wirst du in der Nacht Erleuchtung erlangen. Melarepa hört das, denkt, ist ja wunderbar, ich bin jung, habe ich ja noch Zeit. Also er übt es nicht, sondern er vertragt es auch später und macht seine anderen Spiele weiter. Und sein Lehrer kriegt das mit. Und nach ein paar Tagen schon ruft er den Melarepa und sagt, ich war töricht, ich habe über meine Lehre geprallt, du bist nicht geeignet, geh zu Marpa. Marpa wird dir schon zeigen, wo es lang geht. Ich werde dich nicht belehren. Ich denke, das kennen wir ziemlich gut. Ich habe ja noch Zeit. Also rechnen wir mal einfach durch. Geh von der Zahl aus, der Jahre, die du noch erwartest. Wie viele Jahre wirst du noch leben? Aller Wahrscheinlichkeit nach. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, nimm einfach das Durchschnittsalter meinetwegen deiner Großeltern. Wie alt sind die geworden? Ich gehe mal davon aus, dass die nicht mehr leben. Und wenn es die nicht sind, dann nimm die Urgroßeltern und nimm das Durchschnittsalter von denen als dein wahrscheinliches, erwartbares Lebensalter. Ja, aber wahrscheinlich haben die meisten von uns irgendeine Vorstellung, ich werde so und so alt. Für mich ist es völlig klar, ich werde mit 80er sein. Ich habe noch viel Zeit, obwohl ich es schon relativ auf 50 Stunden bin. Okay. Wie viel dieser Zeit verbringst du mit Essen, Schlafen, Hygiene, Haushaltstätigkeiten? Täglich im Schnitt 10 Stunden? Schlafen ist mit dabei. Es gibt manche Leute, die schlafen schon 10 Stunden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber trotzdem. Also, wie viel bleibt übrig? Okay. Dann zieh ab die Zeit, die durch Ausfälle, wie Krankheiten oder andere mögliche Dinge, verloren geht. Im Schnitt vielleicht nochmal zwei Stunden täglich? Ja, nicht ganz so viel, vielleicht. Gehen wir mal einen Augenblick davon aus, dass so ungefähr zwölf Stunden Wachzeit bleiben, so je nachdem, wo ihr gerade in eurer Rechnung seid. Ihr könnt ja ein bisschen drauf oder weniger tun. Ja, jetzt denk an die Zeiten, die, wo du bisher zumindest das Gefühl hast, das geht verloren durch Wartezeiten, im Stau stehen Wege, warten an der Kasse im Supermarkt, ja, verschiedene Besorgungen, Arztbesuche, Wartezimmer, alle möglichen Dinge erledigen, Fehler korrigieren, die dadurch entstanden sind, dass du eine Sache nicht richtig und aufmerksam gemacht hast. Wie viel von den noch zwölf Stunden geht so im Laufe jedes Tag ist verloren? Natürlich auch noch Klatsch und Tratsch, Small Talk. Sozusagen all das, was wir irgendwie verplempern. Auf nette Weise unter Umständen, manchmal auch nicht so nette Weise, weil es stehen an der Ampel oder im Stau ist, da fühlen wir uns vielleicht nicht immer so super bei. Ist noch acht Stunden übrig vielleicht? Dann denk an die Zeit, die verloren geht dadurch, dass du dich über irgendwas aufrecht, was er oder sie wieder gesagt oder nicht gesagt hat oder gemacht hat oder hätte machen sollen, ja, und wie überhaupt X oder Y darauf kommt, ja, dir und so weiter. Pro Stunde mindestens fünf Minuten, ehrlich gesagt, können auch zehn sein, ja, die wir eigentlich nichts Vernünftiges hinkriegen, ja, ist ganz schön ernst, ja, von den Jahren, die da gewesen sind, ja, ist relativ wenig übrig geblieben, vielleicht sechs Stunden, vielleicht fünf Stunden, ja, Zeit, die wir idealerweise, wenn es uns denn gelingt, als produktive Zeit, ja, zum Arbeiten, zum auf produktive oder schöne Weise müßig sein, zum Meditieren, zum Lesen, uns Bilden, zum Genießen von Kunst und so weiter zur Verfügung haben. Ja, vielleicht fünf oder sechs Stunden täglich, denkbar, möglicherweise. Reicht das, um all das zu machen, was du dir für das Leben noch vorgenommen hast? Wahrscheinlich nicht. Und dabei gehen wir davon aus, naiverweise, ja, dass es tatsächlich die Jahre, die Zahl der Jahre sein wird, die ich mir gedacht habe. Aber wer weiß, ob ich nachher über die Straße komme. Ich muss nur ins Haus hier. Aber auch das kann schwierig genug sein. Wir wissen es einfach nicht. Manche von uns, manche hier haben es mitbekommen, dass ein Mensch, den alle ziemlich gut kennen, die hier im Zentrum häufiger sind, vom Jahr plötzlich sehr, sehr schwer krank geworden ist und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr lange leben wird. Ja, und vielleicht habt ihr selber in eurer Umgebung, in eurer Familie auch direkt erfahren, wie jemand plötzlich aus dem Leben rausgerissen wird. Völlig unerwartet. Also aufwachen zur Zeit heißt nicht nur aufwachen zur Tatsache, dass wir irgendwann sterben werden, sondern aufwachen dazu, wie die Zeit von Moment zu Moment vergeht. Eine gute Übung, die man machen kann, und ich werde nachher so ein paar Handouts geben, wo also auch solche Übungen mit angegeben sind, zum Beispiel meinetwegen über einen Monat lang, alle zwei Stunden lang, kurz innehalten und dich fragen, was habe ich in den letzten zwei Stunden getan und schreibe es einfach auf, ohne dich zu tradeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreibe einfach die Fakten auf, wie sie sind. Und du wirst mit, ich denke mit Garantie merken, schon nach einer Woche oder zwei Wochen wird sich dein Gewahrsein für Zeit ganz, ganz deutlich verändern. Du brauchst dir überhaupt nichts Besonderes vorzunehmen, Einfach das bloße darauf achten, wie verbringe ich meine Zeit, wird dazu führen, dass du die Zeit sehr viel sinnvoller und besser verbringst. Also, Gewahrsein für den Fluss der Zeit zu entwickeln, ist, denke ich, eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum in der buddhistischen Tradition, wie übrigens ja auch im traditionellen Christentum, das Carpe Diem oder sei des Todes gewertig, immer wieder betont wird. Unser Leben ist letztendlich. Das ist das Einzige, das wir mit Sicherheit wissen, dass unser Leben vorbeigehen wird. Und das Gemeine ist, niemand weiß, wann es zu Ende ist. Das heißt, es kann jederzeit sein, und wenn es uns gelingt, aufmerksamer zu werden, den Fluss der Zeit tatsächlich mehr zu erleben, dann können wir die Zeit auch besser nutzen. wobei es ganz wichtig ist, zu lernen, sich in den Fluss der Zeit hinein zu entspannen. Ich denke, das ist wichtig. Es geht nicht um eine äußere Beobachtung, sondern wirklich das Gefühl für Zeit zu entwickeln. Ja, wie sie, oder wie Leben gewissermaßen fließt. So wie wir es in der Vergegenwärtigung des Atmes, das Gefühl für den Atem und damit ja auch für die Vergänglichkeit, das Kommen und Gehen, den Rhythmus und so weiter, die Lebensqualität des Atmes entwickeln. Wirklich spüren, wie die Zeit vergeht. Es ist ein sehr leichtes Gewahrsein und trotzdem ein sehr scharfes, wenn man will, sehr direktes Gewahrsein. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie das Gewahrsein eines Tänzers oder eines Musikers, der in einer hochkomplizierten Bewegung und einem hochkomplizierten Ablauf trotzdem leicht und entspannt bleiben muss. Wenn es denen nicht gelingt, entspannt zu bleiben, stellt euch einen Geiger vor, dann klingt das grauenvoll. Es gibt nur ein Gekratze. Ich hörte kürzlich, und das war eigentlich schon eine Weile her, einen Bericht über ein Konzert des Geisers Isaac Föhrmann, das einen gewissen Bezug zu dieser Thematik hat, obwohl es da gar nicht so, es ging auch um Zeit. Diejenigen, die an klassischer Musik interessiert sind, wissen vielleicht, dass Isaac Perlman Polio hatte. Das heißt, er braucht ganz, ganz lange, um aufs Podium zu kommen, unter anderem, und sich fertig zu machen und zu spielen. Und es war ein öffentliches Konzert, wo er das Beethoven-Violinkonzert spielte. Ich lasse also nur den Bericht darüber. Und kommt das kurze Orchester-Vorspiel, und er will gerade einsetzen, und er macht das Plock die Seite gerissen. Der Rezensent, der Musikberichter, das ist kein Rezensent, nennen wir, glaube ich, nicht so, schreibt, ich hatte das Gefühl, es ist in mir selber, und alle dachten, oh, um Gottes Willen, jetzt geht er wieder raus. Zieht eine neue Seite auf, oder nimmt eine andere Geige, spielt sie ein Stück weit ein, dauert mindestens eine Viertelstunde, dann wieder dieses mitansehen müssen, wie der Mann, und das muss für Perlman eine ziemliche Qual auch teilweise sein, wie er langsam aufs Podium kommt, sich wieder fertig macht. Oh Gott, das ist der Grauen von Zeit. Aber was passierte, dieser Gedanke war ganz schnell offenbar, und es gab einen kurzen Blickkontakt zwischen Perlman und dem Dirigenten. Und Perlman sagt, und dann spielten sie weiter. Perlman nur mit einer, äh, mit drei Seiten auf der Geige, ja, und sie spielen, das Beethoven-Konzert. Er muss das quasi neu komponieren, ja, weil auch wenn es in einer Tonlage liegt, die eigentlich für die Geige sehr ideal ist, eine Seite weniger ist bei so einem Konzert ziemlich schwierig. Ja, und er spielt, und er scheint fantastisch gespielt zu haben. Am Ende natürlich riesig, Riesenbeifall, weil das Publikum, was passiert hier, riesen Beifall, und Perlman winkt nur ab, und sagt offenbar auf eine sehr, sehr bescheidene Weise, es gibt Momente im Leben, da muss man einfach herausfinden, ob man Musiker ist oder nicht. ja, ja, diese Fähigkeit, wenn man so will, ja, sich auch unter extremen Bedingungen, und Musik zu machen, ja, es gibt keine Kunst, die zeitnäher ist, als Musik, wenn man so will, ja, und die so viel Präzision und gleichzeitig so viel Flexibilität verlangt, ja, das zu tun und dabei gleichzeitig noch diesen, ähm, diese Zusatzleistung erbringen, ich meine, mir fehlen eigentlich die Worte dazu, das zu beschreiben, das ist wahrscheinlich nur alles ziemlich leeres Gerede, aber es geht um dieses Art von Gewahrsein im Hinblick auf Zeit und den Fluss von Zeit, völlig gelassen und doch voll da, ja, so dass wir mit, ja, nach Möglichkeit absoluter Präzision und mit dem Besten das Beste geben können, in den Moment zu Moment zu Moment geschehenen Fluss. Wenn uns das gelingt und in dem Ausmaß, wie uns das gelingt, werden wir auch wirklich Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und man könnte sagen, Verantwortung, was der zweite Punkt ist, über den ich im Hinblick auf Arbeit reden möchte, Verantwortung ist eine Art buddhistischer Grundtugend schlechthin, weil eine der Grundlehren, die man zumindest als Buddhist annimmt, ist, du bist selber deines Glückes Schmied. Wir haben diesen wunderbaren, dieses wunderbare Sprichwort, was ich als Kind gehasst habe, ja, ähm, aber es ist in der Tat so. Wir schaffen unser Schicksal oder unser Leben selber. Wir sorgen selber dafür, durch das, was wir tun, was wir erleben und wie es uns dabei gehen wird. Und als Buddhist zu praktizieren, heißt, diese Tatsache anzunehmen. Heißt, aufzuhören, sich zu beklagen. Es mag sein, dass andere Leute sich absolut missverhalten. Es hat einfach keinen Sinn, darüber zu klagen. Ja, wir sollten sie durchaus darauf hinweisen. Wir sollten durchaus darauf drängen, dass sie sich anders verhalten. Aber das Klagen ist nur Schmerz, den wir uns selber zufügen. Oder wenn wir es anderen gegenüber tun, so diese Klagegemeinschaften miteinander bilden, es im Grunde nur gegenseitiges runterziehen, ohne dass wir bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, irgendetwas zu verändern. Also Verantwortung übernehmen heißt, immer wieder zu erkennen, auch wenn ich meinen Beruf nicht mag, ich habe ihn selber gewählt. Es ist meine Entscheidung. Ich muss da nicht bleiben. Ich kann gehen. Klar, vielleicht verdiene ich ein bisschen weniger Geld. Aber auch, dass ich so viel Geld verdienen will, ist auch meine Entscheidung. Es hat mich niemand dazu gezwungen, irgendetwas so zu machen, wie ich das mache. Zumindest in unserer Gesellschaft leben wir mit einer Art von Freiheitsgrad, wie es den in der Vergangenheit nirgends gegeben hat. Ja, wir könnten auch in einer anderen Gesellschaft erleben. Und wir haben überhaupt keinen Anlass, uns über irgendetwas zu beklagen. Natürlich gibt es sehr viele Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und da heißt, Verantwortung zu übernehmen, dass wir halt unseren Beitrag dazu tun, um zu versuchen, das zu verändern. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sobald du merkst, dass du anfängst, über irgendetwas zu klagen, ob innerlich oder sonst wo, hör auf, stopp, ja, spür nach, was ist es, was ich eigentlich will? Positiv gesehen, was kann ich dazu tun? Und wenn du nichts tun kannst, akzeptiere, dass du nichts tun kannst, wenn es wirklich so ist. Das erfordert sicherlich eine gewisse Weisheit. Und wenn du was tun kannst, mach es. Und da fallen dir wahrscheinlich sofort alle möglichen inneren Widerstände ein, die dich davon abhalten, was zu machen. Weil jemandem zu sagen, dass du sein Verhalten nicht in Ordnung findest, kann natürlich dessen Widerspruch hervorrufen, kann die Beziehung zueinander schwierig machen. Und weil wir oft das vermeiden wollen, bleiben wir beim Status quo und das Klagen ist oberflächlich gesehen das Einfachere. Aber mittelfristig und langfristig gesehen zieht es uns selber nur runter. Und das raubt unsere Energie. Ich glaube, es ist einer der größten Energieverschleißer, die es überhaupt gibt, diese Klagementalität selber zu unterstützen. Das ist eine Art freiwilliger Selbstentmündigung. Und ich denke, das tun wir in ganz vielen Situationen. Ich sage, ich kann ja gar nichts machen oder ich darf nicht, ich muss hier in diesem Betrieb, ja, da verändert man ja sowieso nichts. Aber ich habe das doch selber angenommen. Von Ayya Kemah. Ayya Kemah war eine fantastische, finde ich, das soll jetzt nicht negativ klingen, eine fantastische Sprücheerfindung. Sie hatte so eine richtige Berliner Schnauze. Zwar nicht in dem, was ich jetzt gerade sagen will, das fällt mir nur im Augenblick ein. Sie sagt so im Hinblick auf Verantwortung, wer, wenn nicht ich? Statt zu fragen, wer kann etwas tun und zu warten, ah ja, x müsste es tun oder y müsste es tun, na, ich kann es machen. In der Regel haben wir die Kapazität. Und dort, wo wir sie tatsächlich nicht haben, da gehört es zum Verantwortung zu übernehmen, dass wir dafür sorgen, dass andere die Verantwortung übernehmen. Vielleicht, um das jetzt schon zu sagen, warum ich finde, dass Ayya Kemah so eine fantastische Berliner Schnauze hatte, sie brachte auch den anderen schönen Spruch, darauf kommen wir dann später nochmal, ohne mich wäre die Welt viel besser. Das ist eine tolle buddhistische Wahrheit, könnt ihr jetzt schon mal ein bisschen drüber nachdenken, inwiefern, kommen glaube ich später nochmal da drauf. Also Verantwortung übernehmen heißt, das will wirklich für die Situation, in der wir uns befinden und auch über den Tellerrand hinaus, der sozusagen unseren eigenen Teller begrenzt, Verantwortung übernehmen. Ich sehe vielleicht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass eine Birne meinetwegen im Zentrum oder in Flur oder sonst wo fehlt oder kaputt gegangen ist. Es besteht überhaupt kein Grund darauf zu warten, bis jemand anders das macht. Natürlich, ich kann den Verantwortlichen veranlassen, das ist die eine Möglichkeit oder ich kann es selber machen. Und überlegt euch auch da, auch in eurer Arbeit, wie viele Fehler entstehen dadurch oder wie viele Verzögerungen entstehen dadurch, dass euch zwar auffällt, dass da irgendetwas in die falsche Richtung geht, aber weil es ja nicht euer Job ist, tut ihr nichts. Lasst es laufen. Und ich denke, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fällt uns natürlich leichter, wenn wir motiviert sind, dann die Verantwortung auch zu übernehmen und es tatsächlich zu machen. Für mich ist so eines der großen Vorbilder in der Richtung Subuti ein Ordensmitglied, der in dem, man könnte sagen, Leitungskreis des Ordens eine wichtige Person ist. Und ich habe eine Zeit lang mit ihm in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt und wenn immer es irgendeine Situation gab, wo irgendwas zu tun war, egal, dass man wegen jemand beim Spülen fehlte oder sonst was und man denkt, der Koch fragte, kann jemand in der Küche helfen? Subuti meldet sich. Überhaupt kein Problem. Und er ist einer der bei weitem beschäftigsten Leute, die ich überhaupt kenne. Und er tut es nicht aus einer sozusagen sich vordrängenden Rolle, sondern er sieht, da ist etwas, was gemacht werden muss und er macht es einfach. Wie oft passiert es uns, dass irgendjemand fragt, egal ob in einem freiwilligen Bereich oder in einem anderen Bereich, kannst du das machen? Und sofort erstmal innerer Widerstand. Warum ich? Nein, ich nicht. Auch wenn es der Vorgesetzte ist, aber vielleicht gerade dann. Und es kann eine gute Übung sein, kommt auch wieder aus diesem schönen Buch, zumindest mal probeweise, vielleicht einen Tag lang oder auch eine Woche lang oder auch vier Wochen lang, wenn immer dich jemand fragt, etwas zu machen, einfach Ja zu sagen. Also sozusagen, wenn jemand in der Aufgabe kommt, kannst du das übernehmen? Ja, mache ich. Probier mal aus, was passiert. Vielleicht sag es nicht zu öffentlich, sag es vor allem nicht den falschen Leuten. Das kann sein. Ja, natürlich ist es wichtig, Grenzen zu ziehen. Aber ich glaube, wiederum, also einfach für mich gesprochen, ich glaube, bis ich den Erschöpfungszustand erreiche, da müsste ich schon noch erheblich drauf gesattelt haben. Ja, also ich habe für mich den Eindruck, dass ich wirklich auch in ganz, ganz vielen Situationen unterhalb der mir möglichen Energie lebe. Ja, und ich glaube, wir haben uns, wir haben oft einfach nur ein Bild von uns selber und dem, was wir leisten können, was wir schaffen können. Und dieses Bild beschränkt uns. Ja, aber frag dich doch, was für Energie bringst du problemlos auf, wenn du dich verliebt hast? Ist doch überhaupt kein Problem. Unheimliche Energie. Oder auch, wenn die Geliebte oder der Geliebte abhaut. Ja, was für Energie ist plötzlich da? Ja, ist doch, oder bei anderen Dingen, die, wo unser Herz dran hängt. Ja, das ist, denke ich, eher das Problem, dass wir unser Herz nicht reinkriegen. Ja, und von daher die Energie nicht nachfolgt. In der buddhistischen Tradition nicht ohne Grund. Sadar, ja, das, wenn man so will, das Herz für etwas geben, bringt die Energie in Bewegung. Ja, also, ich muss mich beteiligen. Nun, Milarepa hat auch seine Probleme mit der Verantwortung. Herr Marpa hat ihn ziemlich übel getriegt, man muss das sagen. Marpa gibt ihm einen Auftrag, er sagt, ich werde dich belehren, wenn du hier einen Turm baust. Also, Milarepa fängt an, den Turm zu bauen und nachdem er so zwei, drei Stockwerke hochgekommen ist, kommt Marpa an und sagt, ach, tut mir leid, ich habe nicht so richtig nachgedacht. Das ist eigentlich nicht der beste Platz. Reiß das wieder ab, bohr den Turm auf dem anderen Berg. Nimm aber am besten die gleichen Steine. Milarepa als jemand, der sich dem Guru verpflichtet hat, ihm unterworfen hat, tut das und baut also auf dem nächsten Berg und ist wieder gut fortgeschritten und da kommt Marpa an und sagt, also, hätte dir eigentlich auffallen müssen, aber das letzte Mal, als ich dir das gesagt habe, ich war besoffen. Das ist nicht der richtige Berg. Tut mir leid, mach's da. Also wieder das Gleiche und dann nochmal das Gleiche und Milarepa ist ziemlich entnervt, aber er versucht noch immer, auch guter Schüler zu sein und sagt, als Marpa wieder mal ankommt und er den Turm woanders hinbringen soll, wäre es nicht ganz gut, wenn wir vielleicht einen Zeugen dazu holen und gibst du mir eine Garantie, dass es diesmal wirklich so ist, dass dieser Turm wirklich den Platz und Marpa sagt, doch, das wird jetzt ein weißer Turm mit neun Stoffwerken, mit absoluter Sicherheit und dieser Turm bleibt stehen. Ich werde dich nicht, auf keinen Fall, auf keinen Fall, das verspreche ich, werde ich dich auffordern, diesen Turm wieder abzureißen. Und sie holen auch noch Marpas Frau dazu und die bezeugt das. Sie sagt dem Milarepa zwar, du, also wahrscheinlich, wenn es dann drauf ankommt, der macht immer solche Sachen, dann zählt mein Wort auch nicht, aber wenn du meinst, ich kann das ja bezeugen. Also Milarepa geht zu diesem anderen Berg und einige der anderen Schüler von Marpa, die oftmals den Milarepa auch nicht so gerne mögen, die haben das so mitgekriegt und die karren einen riesigen Stein ran, den sie wirklich also nur mit drei Leuten transportieren kann und bauen den in diesen Turm, den Milarepa da gerade anfangen will, als Grundstein ein. Und das soll ein neunstöckiger Turm werden, aus weißen Steinen, die auch nicht so leicht zu finden sind, nicht aus Schnee oder so. und nach einer Weile, Milarepa ist vielleicht beim dritten oder vierten Stock, kommt Marpa an, sagt, super, klasse. Und Milarepa freut sich schon, dann werde ich ja jetzt belehrt. Ja, ja, aber, was ist denn dieser Stein da? Ja, den haben deine Schüler hierher gebracht. Ah, 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 ich habe dir den Auftrag gegeben, es war deine Verantwortung, hol den Stein raus. Aber du hast mir doch versprochen, ich muss den Turm nicht wieder abreißen. Das ist auch richtig, du musst den Turm nicht wieder abreißen, hol den Stein raus, tu einen anderen Stein. Man kann sich fragen, warum der Marpa dem Milarepa so etwas zumutet. Das wird vielleicht Ende späteren noch deutlich. Aber hier, Milarepa reißt den Turm wieder ab, unter unsäglichen Schmerzen und Mühen schiebt er diesen Stein woanders hin, er muss ihn auch wieder auf den Berg zurückbringen, von dem er kommt, alleine diesmal, nicht zu dritt, weil er seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, weil er sich hat helfen lassen in diesem Punkt, ohne dass das Teil des Auftrags war. Ziemlich radikale Methode. Würden wir vielleicht uns nicht wünschen, dass das auch uns gegenüber angewendet wird, aber ein tantrischer Guru tut sowas, durchaus schon mal. Und auch uns kann es gelegentlich passieren, dass wir an einer Aufgabe wirklich fast verzweifeln oder das Letzte geben müssen und unter Umständen dann sogar merken, dass wir es können. Aber Milarepa hatte halt es zugelassen, dass diese anderen Schüler ihm helfen und das war nicht gut genug. Er war, wenn man so will, auch nicht diszipliniert, er war nicht wirklich Schüler, sondern er hat andere mit dazu genommen. Und Marpa erkennt das und Marpa lässt es nicht durchgehen. Marpa hat gute Gründe, ich glaube, die werden später noch deutlicher, warum er so viel von Milarepa fordert. Einer der Gründe ist, Milarepa versucht immer wieder kleine Tricks, winzige Tricks, um sich das Leben leichter zu machen. Wenn wir das lesen und wenn wir lesen, was für Härten er erduldet, dann können wir wahrscheinlich nur sagen, so hart habe ich noch nie gearbeitet, weit entfernt davon. Und doch gibt es immer wieder das eine oder das andere, wo er sich nicht voll auf die Situation einlässt. So kommt es einmal dazu, dass Milarepa vom vielen Steine schleppen natürlich auch eine Menge Wunden hat. Sein Rücken ist richtig aufgestürft, da blutet es, da es vereitert und so weiter. Und er traut sich aber das nicht, dem Marpa zu zeigen, weil er denkt, der würde das nur so als Beklagen annehmen und das hat keinen Sinn. Ich muss das ertragen, aber er schafft es irgendwann nicht. Und er hat zu Marpas Frau so eine Art Verhältnis inzwischen entwickelt, dass Marpas Frau so ihm manchmal so etwas Gutes zwischendurch tut. Nur nicht immer ist es wirklich was Gutes. Aber diesmal, er zeigt ihr diese Wunden und sie geht zu ihrem Mann. Und sie geht mit ihrem Mann schon mal ganz schön ruppig um und zeigt ihm so richtig mit, was du da wieder machst. Du versuchst wieder hier deine Autorität rauszringen zu lassen. Das passt dir ja wohl. Ja, du super Guru und so weiter. seine Leute fertig zu machen. Und sie beschreibt ihm, was für Wunden Milarepa hat. Marpa lässt Milarepa rufen und sagt ihm, zeig mir deinen Rücken. Und Milarepa tut das. Und daraufhin nimmt Marpa Milarepas schon ziemlich zerfetzte Robe, zerreißt sie in kleine Streifen und pflastert damit und pflastert damit sozusagen die Wunden zu. Und Milarepa fragt ihn, aber was soll denn das? Das hilft doch auch nicht. Doch, doch. Das hilft. Und trag in Zukunft die Steine so, dass sie nicht an deine Wunden kommen. Und jetzt geht er wieder an die Arbeit. So nach zwei, drei Tagen oder so, nachdem Milarepa sich ein bisschen ausgeruht hat, geht er an die Arbeit. Und da gibt es eine interessante Episode. Milarepa ist wieder an der Arbeit und wir haben so als Leser, an dem Punkt wird man fast gar nicht anders können, als ein unheimlich negatives Bild von Marpa zu haben. Und da heißt es im Text, und Marpa sah, wie Milarepa an die Arbeit ging und vergoss Tränen. Er sagte, es ist unglaublich, unglaublich, wie er sich unterwirft und das tut, was man ihm befiehlt. Wunderbar. Er wird es schaffen. Und da wird, auch wenn wir das vielleicht nicht verstehen, deutlich, dass Marpa nicht aus Grausamkeit dem Milarepa diese Herausforderung stellt, aber sobald Milarepa wieder zu ihm kommt, eishart, an die Arbeit, tu was, kein bisschen entgegenkommen. Milarepa muss lernen, wirklich Schüler zu sein oder sich wirklich hinzugeben. Er hat zwar so eine Art Lippenbekenntnis gewissermaßen gegenüber Marpa gemacht, er muss aber wirkliche Disziplin aufbringen und das heißt, sich gewissermaßen in das größere Ganze anzulassen. Und das ist auch etwas, was wir in der Arbeit lernen müssen oder wo die Arbeit uns eine Gelegenheit gibt. Uns geht es wahrscheinlich häufig so, dass wir doch immer wieder denken, okay, so viel, aber wenn ich jetzt merke, die Zeit ist vorbei oder was auch immer, dann mache ich lieber ein bisschen schlechtere Qualität, ist auch gut genug. Ja, wir versuchen nicht, das Beste zu geben, wir versuchen nicht wirklich den Anforderungen, wenn man so will, den objektiven Anforderungen der Situation gerecht zu werden, sondern nur so im Rahmen unserer Parameter, egal ob das zeitliche oder andere Parameter sind. Wobei es sicherlich sinnvoll ist, sich über diese Parameter klar zu sein. Ich denke nicht, dass man jede Sache hundertprozentig machen muss. Es kann durchaus auch sinnvoll sein, manche Dinge nur achtzigprozentig zu machen, wenn das dann angemessen ist. Nur wir entscheiden vielleicht häufig darüber, ob es angemessen ist, nach unserem Lustprinzip und nicht nach dem, was tatsächlich die Anforderungen der Situation sind. Und das ist diese Art von Disziplin, sich gewissermaßen voll den Bedingungen zu stellen und sie anzunehmen, das ist das, was Marpa von Milarepa verlangt. Keine Ausrede, keine Ausflüchte. Das Beste geben in der Situation. Das ist, finde ich, etwas, was hier in diesem Buch so überaus deutlich wird. Sie haben unheimliche Qualitätskriterien in ihren Druckaufträgen sich selber gestellt. Und gleichzeitig setzen sie sich immer wieder unter den Druck 5% besser, 5% schneller, 5% von diesem und so weiter. Und machen die Erfahrung, es geht. Disziplinprobleme, wenn wir Disziplinprobleme haben, egal ob es ist, dass wir uns morgens nicht aufs Meditationskissen hinkriegen oder anderes, das sind Motivationsprobleme. Wir sind nicht mit unserem Herzen wirklich dabei. Es gibt Widerstände und es ist wichtig, diese Widerstände kennenzulernen. Es ist wichtig, die nicht einfach zu unterdrücken, uns nicht einfach zu zwingen, sondern wirklich hinzuschauen. Was ist das? Was ist da? Uns besser kennenzulernen, uns ehrlicher gegenüber zu sein, um auf diese Weise herauszufinden, was wäre angemessen zu tun, um auch diese Lebendigkeit oder diese Energie zu gewinnen und sie zum aktiven Teil des Projektes, was ich mir vornehme, zu machen. Und wie besser uns das gelingt, desto integrer werden wir sein. Wir werden mehr und mehr wirklich ein ganzer Mensch sein, statt so ein Bündel von verschiedenen Motiven, die mehr oder weniger in jeder Situation gegeneinander um die Vorherrschaft herrschen. Und das kennen wir wahrscheinlich nur zu gut. Während wir diese Sache machen, denken wir gleichzeitig an das, was wir vielleicht auch noch gerne machen würden und was sonst noch möglich wäre und was morgen kommt. Das heißt, es laufen mehrere oder weniger Agendas parallel ab und die zehren natürlich an unserer Kraft. Disziplin hilft uns, das zusammenzubringen, in eine Richtung, sich ganz auf die Aufgabe einzulassen. Wahrscheinlich ist Milarepa viel, viel disziplinierter, als wir normalerweise sind. Aber auch bei ihm ist seine Disziplin, wahrscheinlich ähnlich wie bei uns, noch zu stark von bestimmten Ego-Mechanismen bestimmt. Er ist diszipliniert, weil er etwas haben will. Er ist diszipliniert und baut all die Türme und macht trotz all der Schmerzen weiter, weil er von Marpa belehrt werden will. Er baut nicht einfach einen Turm und nur einen Turm, sondern er baut, um etwas zu bekommen. So wie wir nicht vielleicht die Vergegenwärtigung des Atems oder Meta-Bavana üben, einfach weil wir den Atem wahrnehmen oder weil wir Meta wahrnehmen, sondern um etwas zu erreichen. Oder wir sitzen nicht hier, weil es einfach genau das ist, was wir gerade tun wollen, sondern um irgendwas zu bekommen oder zu erfahren. wir haben immer einen äußeren Grund in unseren Aktivitäten oder ganz häufig und genau das, da tragen wir unser Ego mit rein in einer Weise, die uns im Grunde daran hindert, das zu bekommen, was wir gerne haben wollen. Ja, so dass wir immer ein Stück weit leer aus der Situation wieder rausgehen. Und das ist bei Milarepa nicht anders und er kommt irgendwann an den Punkt, dass er aufgibt. Er kommt an den Punkt, wo er sagt, ich kann nicht mehr, was ich auch tue, wie viele Türme ich auch baue, der gibt mir die Lehre doch nicht. Und er haut ab. Er geht einfach. Es reicht ihm. Und er sagt niemandem Bescheid, bricht einfach auf und geht. Die Frau Marpas ist die Erste, die es bemerkt. Sie geht zu Herrn Marpa und macht ihm Vorwürfe. Das hast du davon. Dein Schüler. Ha, jetzt ist er gegangen. Du hast noch eben Tränen vergossen. Du hast zu weit getrieben. Und Marpa ist tatsächlich geschockt, weil er glaubt, ach, das ist wirklich passiert. Und er ruft die Lamas, seine eigenen Lamas und Lehrer und die Lehrer seiner Linie an, mögen sie Melarepa zurückbringen. Und in diesem Augenblick kommt Melarepa zurück und Frau Marpa sagt, oh, dein Schüler ist doch nicht weggegangen, da ist er schon zurückgekommen. Und Marpa ist sofort wieder der andere. Hol ihn rein, ruf ihn rein. Melarepa kommt. Was ist? Warum kommst du zurück? Melarepa bringt irgendeinen Vorwand und die Frau sagt auch, er ist ja gar nicht wirklich weggegangen. Und darauf sagt Marpa, Moment, ich muss jetzt ihn suchen, ups, es ist nicht wahr, dass er uns nicht verlassen hat. Er hat sich selbst nicht verlassen. Es ist nicht wahr, dass er uns nicht verlassen hat. Er hat sich selbst nicht verlassen. und das ist ein Problem. Wir verlassen uns selbst nicht. Und dadurch haben wir all die Probleme, die wir haben. Dadurch haben wir all die Schwierigkeiten, die wir haben. Ein Schüler, ein wirklicher Schüler ist bereit, sich selbst zu verlassen. Darin besteht überhaupt, Schüler zu sein. Gewissermaßen bereit zu sein, sich aufzugeben, als der, der Mann ist und anders zu werden. Aber Milarepa in all dem, was er getan hat, in all den Anstrengungen, hat immer noch versucht, sozusagen letztlich selber zu kontrollieren, als ich dies und jenes zu tun. Und genau dadurch schleppt er sich immer weiter mit. Und genau das kriegt Marpa mit. Und genau deshalb behandelt er ihn weiter knallhart, bis Milarepa so weit ist, dass er sein Ich loslassen kann. Dass er es nicht mehr nötig hat, zu manipulieren. Das kann ein langer Weg sein. Das wird, denke ich, auch für uns ein langer Weg sein. Ich merke, ich weiß nicht, wie oft täglich, wie ich mich in irgendwelche Ego-Stabilisierungsmechanismen und so weiter verwickele. Was immer an Ablenkung in mir vorkommt, es hat immer wirklich damit zu tun, in der einen oder anderen Weise, dass ich mich abgrenze gegenüber anderen Leuten, gegenüber dem oder jenem, dass ich mich aufbaue, mich aufpäpple, dass ich mir selber was einrede, wie toll ich wäre oder wie schlecht die anderen sind oder was es auch immer sein. Es sind immer Ego-Geschichten. Und wir machen uns wahrscheinlich gar nicht klar, in welchem Ausmaß wir von unserem eigenen Ego gegängelt werden, das permanent danach sucht, bestätigt zu werden, während irgendwas zu kriegen und gleichzeitig sobald es das kriegt, egal ob das ein Lob ist, eine freundliche Geste oder was auch immer, merken wir, dass es uns nicht wirklich befriedigt. Weil die Lösung liegt nicht da drin. Die Lösung liegt einfach nur darin, nichts zu wollen. Wir haben diese Redensart, wunschlos glücklich zu sein. Vielleicht wünschen wir uns das alle, dass uns doch das mal gelingen würde, wunschlos glücklich zu sein. Und manchmal liest man so über Märchen in der Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Ich denke, wir sollten die Zeit ersehen, wo das Wünschen nicht mehr nötig ist. Das ist das, worum es geht. Und solange wir wünschen, solange wir unser Ego immer weiter mitnehmen, können wir nicht Schüler sein, können wir nicht wirklich nicht mal uns trauen, uns so zu sehen, wie wir sind. Weil wir versuchen immer wieder neue Fantasie aufzubauen, immer wieder eine neue Geschichte zu erzählen, die gewissermaßen unser Ego unterstützt und nähert. In der buddhistischen Tradition wird in diesem Zusammenhang oft von den sogenannten weltlichen Winden gesprochen. Die weltlichen Winde sind so klassische Beispiele, wie wir uns selber Geschichten erzählen oder uns aufpappeln. Ich war ganz erschreckt, als ich sah, dass die weltlichen Winde Lokadamas heißen. Ich hatte so das Gefühl, ich kenne die eigentlich ziemlich gut. Aber wie dem auch sei, ich will ja gar nicht über mich reden, ihr kennt die auch gut. Die werden in vier Paaren dargestellt. Erstes Paar, Gewinn und Verlust. Wir wollen etwas haben, wenn es uns verloren geht, tut es weh. Wir wünschen uns etwas, eine bestimmte Belohnung, egal ob es finanziell oder materiell in irgendeinem Sinn ist oder ob es ein Lob ist oder was auch immer. Wir sind sehr daran orientiert, gewissermaßen etwas zu bekommen, wovon wir glauben, dass es uns bereichert. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen verloren geht, tut es uns weh. Gewinn und Verlust sind weltliche Winde. Weltliche Winde oder weltlich sind sie dadurch, dass wir uns damit identifizieren. Dass wir gewissermaßen unglücklich sind, wenn wir nicht gewinnen und unglücklich sind, wenn wir verlieren. Wir hängen unser Herz daran, statt zu sehen, Dinge kommen und gehen. Es gibt so diese wunderschöne taoistische Geschichte, wo, ich glaube, ich habe die schon mal in einem anderen Vortrag vielleicht erzählt. Ich hoffe, ihr kennt sie noch nicht. Da ist ein Mann, der lebt mit seiner Familie und seinem Sohn irgendwo auf dem Land und die haben ein Pferd. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so ganz richtig hinkriege. Eines Tages reitet der Sohn aus auf dem Pferd. Das ist ein begeisterter Reiter und der fällt vom Pferd und bricht sich ein Bein. Und die Nachbarn kommen zu der Familie und sagen, ach, wie schrecklich, dass Sohnemann das Bein gebrochen hat. Ist das nicht ganz fürchterlich? Und der Mann sagt, ach, wer weiß, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Wer weiß. Kurze Zeit später bricht ein Krieg aus und alle gesunden jungen Männer werden einberufen und der junge Mann, der sein Bein gebrochen hat, wird natürlich nicht einberufen. Und sofort kommen die Nachbarn und die Nachbarn hören davon und kommen wieder hin und sagen, super, klasse, dass dein Sohn jetzt nicht einberufen wird. Und so weiter. Ich habe, glaube ich, irgendwas falsch erzählt, aber ihr kennt im Grunde schon das Prinzip der Geschichte. Wir wissen es ganz schlicht nicht. Und ich denke, wir haben es alle oft genug erlebt, dass etwas, was wir erst als Gewinn erlebt haben, wurde danach zum großen Verlust. Oft geht uns das auch mit unseren Beziehungen so. Solange wir noch verliebt sind, wunderbarer Gewinn, wenn dann der Ernst des Alltags eingetreten ist oder die ersten Konflikte, dann kann das auch ganz anders sein. Und kann sich auch wieder drehen, je nachdem. Es hat einfach keinen Sinn, sich mit Dingen zu identifizieren, die ganz schlicht nicht kontrollierbar sind. Ja, darum geht es. Das gleiche gilt für das zweite Paar der weltlichen Winde, Lob und Tadel. Wir finden es ganz schrecklich, getadelt zu werden. Wir wollen gelobt werden. Ja, wir wollen gepriesen werden und so weiter. Und es ist ganz ähnlich mit dem dritten Paar, Ehre oder Verachtung oder Status, wenn man so will, hoher Status, niedriger Status. Ja, wir wollen als wer gesehen werden. Aber auch das kommt und geht. Ja, und es hat keinen Sinn, sich damit zu identifizieren. Spätestens auf dem Totenbett nützt uns das sowieso nichts mehr, aber wahrscheinlich schon erheblich früher nicht. Das bringt einfach nichts. Gleichzeitig ist es nicht schlecht, Anerkennung und Lob und so weiter zu haben und Status zu haben. Und in dem Augenblick, wo wir das zum Teil von uns selber machen, gibt es Probleme. Freude und Leid. Das ist das vierte Paar der Winde. Ja, wir wollen Freude haben, wir möchten Leid vermeiden. Das ist gesund, das ist richtig. Nur wenn wir uns damit identifizieren, wird es ein Problem, weil Freude und Leid gehört einfach zum Leben dazu. Es wird immer ein Quantum an Leiden geben, egal ob wir das wollen oder nicht. Auch ein Buddha, auch ein Erleuchteter, erlebt noch immer Schmerzen. Dem tut der Körper weh, wenn er alt wird und so weiter. Dem tut es wahrscheinlich auch weh, wie manche Leute sich verhalten. Nur wenn er sich damit identifizieren würde, dann wäre kein Buddha oder Erleuchteter. Aber Schmerzen, Freude und so weiter gehören dazu. Und die Arbeitswelt bietet unglaublich viele Gelegenheiten, genau mit diesen weltlichen Winden uns auseinanderzusetzen. Wenn man so will, die Arbeitswelt, das Wirtschaftssystem, hat das Hauptziel, diese weltlichen Winde am Wehen zu halten. Ja, das ist das, was sie versuchen. Und das passiert sowohl innerhalb des Unternehmens selber, wie auch natürlich mit den Produkten, die erzeugt werden und am Markt. Und die Frage ist, wie können wir uns in diese Welt hineinbegeben, wo wir wirklich diesen Winden ausgesetzt werden und doch loslassen. Ja, doch den Raum finden, den Raum entwickeln, in dem wir uns nicht damit identifizieren. Ich finde es immer wieder interessant, so in Seminaren, die ich mache, haben aus verständlichen Gründen Leute ganz, ganz viele Ängste auch, dass sie vielleicht ihre Arbeit verlieren könnten, ja, weil Personalreduzierung ist überall weit verbreitet und so weiter. Ja, und so wenn ich ja manchmal sage, aber letztlich spielt es doch eigentlich keine Rolle. Letztlich ist es ganz egal, ob es euer Unternehmen gibt oder nicht. Dann erleben die das plötzlich als eine Erleichterung. Das ist etwas, was wir normalerweise nicht denken. Woran wir normalerweise nicht denken, weil wir so sehr in unseren eigenen Identifikationen gefangen sind. Ein ganz anderes Beispiel vielleicht, das es ein bisschen deutlich macht. Wir erleben es heute noch, ich traf jemanden, der eine Zeit lang nicht da war und gehofft hatte, dass jetzt, wo er da ist, eine bestimmte Nachricht da sein würde, die für ihn persönlich sehr wichtig war. Es ging um eine Liebesbeziehung. Und er kommt zurück und die Nachricht ist nicht da. Und in ihm brach eine Welt zusammen. Die Beziehung ist zu Ende, die Beziehung ist zu Ende, die Beziehung ist zu Ende und er brach sofort in Tränen aus. Und irgendwann wurde mir das klar, was da lief. Und ich sagte, aber Moment mal, du weißt doch gar nicht, du weißt doch nur, dass keine Nachricht da ist. Du weißt doch gar nicht, ob sie vielleicht, aus welchen Gründen sie nicht geschrieben haben. Und wirklich in dem Moment, es schnippte förmlich in ihm. Wie er umschaltet, ja, stimmt. Und er wollte dann gleich in die andere Richtung. Oh ja, das bedeutet ja, dass sie mich noch liebt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke, es zeigt, so wie sehr unsere eigenen Geschichten, die wir uns erzählen, und oft besteht unser Leben, zum großen Teil besteht unser Leben genau aus den Geschichten, die wir uns selber erzählen, wie die uns beuteln und uns knüppeln, weil wir erfinden sozusagen irgendetwas, was passieren müsste. Und wenn dann diese Erfindung, die eine reine Spekulation ist, nicht eintritt, glauben wir, dass die Realität jetzt ganz schrecklich ist. Nein, wir wissen es ganz schlicht nicht. Und so ist es häufig. Also diese weltlichen Winde sind etwas, was wir in der Arbeit, denke ich, sehr, sehr häufig erleben und von denen auch Melarepa noch gebeutelt wird. Und es ist gut, sich immer wieder zu fragen, Moment mal, was ist meine Motivation? Wie weit ist es jetzt der Gewinn? Oder das Lob? Oder was auch immer, was ich suche? Und wie kann ich loslassen? Wie kann ich es geschehen lassen? Und trotzdem das Lob genießen, wenn es kommt. Es geht nicht darum, das nicht zu genießen oder so. Es geht nur darum, sich nicht damit zu identifizieren, was uns halt immer wieder passiert. Und das heißt, dazu müssen wir bereit sein, uns selber ein Stück zu verlassen, uns gewissermaßen loszulassen, das Ego nicht mehr so ernst zu nehmen. Das ist doch sowieso nur eine Farce. Wenn wir uns einfach so zurückdenken, durch was für Entwicklungsphasen wir mit diesem ach so geliebten Ego gegangen sind, versuchen wir es mehr loszulassen. Und nur in dem Ausmaß, wie wir das tun, können wir auch die letzte Qualität entwickeln, über die ich sprechen möchte. In diesem Ausmaß können wir auch mit anderen teilen. Das heißt nicht, dass wir nicht teilen sollten, solange noch Ego da ist. Auch ein Teilen mit Ego ist immer noch besser, als gar nichts zu teilen. Aber wir sollten ehrlich sein, oft teilen wir mit einer geheimen Agenda. Wir wollen irgendwas dabei rauskriegen. Und das ist auch okay. Es ist viel, viel besser zu sagen, ja so ist es, und das erkenne ich an, das mache ich mir bewusst, dass das der Fall ist, als so zu tun, als ob es nicht der Fall wäre. Ja, ich glaube gerade, wir sollten uns sehr davor hüten, unsere spirituellen Ideale so zu verdrehen, dass sie uns dazu führen, zu heucheln. Und das passiert unheimlich leicht. Ich glaube, nirgends wird so viel geheuchelt, wie in spirituellen Kreisen. Ja, weil es ist eigentlich klar, es ist naheliegend, man hat so hohe Ideale, ja, und wir sind so drastisch entfernt davon in unserer Realität, das ist unheimlich schwer zu verkraften. Ja, es ist ja im Grunde eine ständige Demütigung unseres Ego. Ja, also, reden wir uns selber ein, und manchmal glauben wir auch daran, dass wir besser sein, als wir sind. Oder manchmal machen wir uns auch vielleicht viel schlechter, als wir sind. Und auch das ist eine Art von Reuchelei. Ja, es geht eher darum, gelassen zu sehen, ah ja, hier bin ich sehr egoistisch, hier möchte ich was für mich haben, hier fahre ich auf mich selber ab, und so weiter. Ja, das nah wahrzunehmen und zu versuchen, wieder ein bisschen mehr locker zu lassen. Und das wird uns, das müssen wir wahrscheinlich tausendmal jeden Tag tun, aber es ist auch okay. Je mehr uns das gelingt, desto mehr können wir mit anderen teilen. desto mehr können wir auch annehmen und akzeptieren, dass andere auch ihre Schwierigkeiten haben. Egal, ob die mobben, ja, oder sich aufspielen, oder die Verdienste, zu denen wir eigentlich beigetragen haben, als ihr eigenes Verdienst verkaufen. Oder was es auch sein mag. Da gibt es ja so unendlich viel, ja, wie wir einander das Leben schwer machen. Versuchen, was wahrzunehmen und gehen zu lassen. Heißt nicht, dass wir die Leute nicht darauf hinweisen sollten. Heißt nicht, dass wir nicht auch sagen sollten, Moment mal, ich denke, das wäre schon gut, wenn sie sagen würden, dass das die Leistung der ganzen Gruppe ist. Oder, dass ich dazu beigetragen habe. Oder was auch immer. Das sollten wir alles tun. Also durchaus auch, wenn man so will, unser Recht einfordern, ohne uns damit zu identifizieren. Gleichzeitig wissen, dass es letztlich gar keine große Rolle spielt. Nun, Marpa und Milarepa, Marpas und Milarepas Geschichte endet gewissermaßen genau an dem Punkt. Irgendwann, ich erzähle jetzt nicht genau wie, ist Milarepa, wenn man so will, so mürbe geworden, dass er loslässt. Und da beginnt Marpa ihn zu lehren. Da beginnt Marpa sein Wissen mit ihm zu teilen. An dem Punkt, wenn man so will, als Milarepa wirklich nicht mehr daran glaubte, so ist es tatsächlich auch in der Situation, als er an dem Milarepa nicht mehr daran glaubte, dass er von Marpa Belehrung bekommt, da kommt Marpa. An dem Punkt, wo Milarepa nichts mehr will, wo er nicht mehr festhält, wo er jede Manipulation aufgehört hat, da kommt Marpa und teilt mit ihm. Und er sagt Milarepa, und damit möchte ich enden, aufatmen. Feuer der Begeisterung. Also begann mein Glück. Applaus Feuer der Begeisterung